Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu GTA 5 mit Shrinks. Ja ok, das klingt auch nicht besser als mein Versuch beim letzten Mal. Ihr wisst schon, Branding. Ich habe mich jetzt mal umplatziert. Hab mal direkt vor Michaels Bude geparkt und ich habe meine Aktien wieder neu investiert. Ich habe jetzt einfach mal die Maze Bank genommen, weil die ziemlich runtergefallen ist vom Wert. Und ich hoffe, dass sich das gleiche Szenario jetzt wiederholt. Weil ich bin jetzt sowohl mit Michael als auch mit Franklin fast Millionär gewesen. Und Trevor hat immerhin auch 300.000 eingestrichen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das dann wirklich, wenn es das nächste Mal ein kleiner Zeitsprung ist, sich nach oben entwickelt und nicht wieder nach unten. Ich habe zur Sicherheit mal davor abgespeichert. Das heißt, man kann es theoretisch noch rückgängig machen. Aber blöd wäre es natürlich schon. Live Invader hingegen ist jetzt wieder ein bisschen gesunken, glaube ich. Also wenn das nicht passt, dann muss ich es ja wieder da reinpumpen, weil da hat es ja scheinbar funktioniert. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier für eine Mission ist, weil da sollte ich wohl schon etwas länger hin. Wahrscheinlich irgendwie wieder familiäre Probleme und so. So, wie schaut's aus? Oder ist Michael allein zuhause? Aha, Familienzusammenführung. Sag ich doch. Äh. Äh. Kann man im weitesten Sinne auch als Familie bezeichnen. Soviel zum Zeitsprung. Guck an. Guck an. Hey. Guck an. 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 Hm? up you miserable bastard she's mad at you she's scared that you're gonna die and she wants you to go over there and prove that you give a fuck all right all right all right i could take a fucking hit let's go we'll get tracy on the way tracy on the other hand she's a star warte 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 bevor du jetzt hier da ist jetzt doch ein bisschen was in die bitte 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 shit das klappt wohl nicht ja dann lieber wieder zurück problem ist da ich jetzt die mission war habe ich da jetzt nicht so viel zeit darauf zu achten ich glaube das werde das nächste mal wieder auf screen so ein bisschen machen aber ich will natürlich jetzt nicht das ganze geld in sand setzt natürlich auch in die andere richtung gehen können aber oh ja Ja. Ja, ich verstehe. Du warst aus der Stadt? Ja, sicher. Du waren weg, also ich dachte, dass ich... Ich weiß nicht, dass es nichts zu tun hat. Oh, okay. Hier sind sie. Komm schon, sagen wir Hallo. Ja, hallo. Was? Ein bisschen Lifestyle-Guru und ein bisschen mehr Boy-Toy, bitte? Entschuldigung. Ich versuche einen Schreentrum hier. Hey, Amanda. Fabian. Michael? Hey, Mom. Hi, Jimmy. These two, a picture of holistic well-being, I don't think. Hey. Maybe they shit once a year between them. Hey! That's my son! Amanda, komm. I have a new unit I don't hold. You must pay for it. Buddy. I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract. What? I ain't even gonna go there. I'm gonna ask you one time. Nicely. Michael, just hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart. W-w-w-what are you- Was? Au! Au! I had some really good work there, you dick! Ha-ha-ha. There's a lot more where that came from, Holmes. He-he-he. Is he alive? He-he-he. Yeah, he's fine. So sieht er aus, ja? Mr. Commander. I wanted... I'm mean to say to you. Look, I just... What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic old drunken mess and he needs you. And you could do a lot better than a prima donna yoga instructor with an anal fixation. He-he-he. Ha-ha. I guess we could try. All I'm asking for is a shot. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. It's perfect. All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. All right, you. Come on. Get up, you idiot. Oh. Yoga? No. No yoga. Ugh. Okay. You know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait, wait, wait. But what about that sugar, caffeine and emulsified pig fat flavored beverage I want? Another time. Come on. I want one two. Later. I think Tracy's over at the tattoo parlor. Mhm. Na, I always knew that the yoga teacher is a Trottel. But I think that word anal complex is funny. Tracy is getting another tattoo. No, oh god no. That Laszlo guy is there. Laszlo? That asshole? What does he want? It's Tracy that wants something. She wants to get back on fame or shame after you and Uncle T cut her cameo short. Maybe we ought to help her out with that. Maybe we ought to. Hey. Let me ask you. Back there with your mom. That went okay, didn't it? Anything that ends with Fabians burst-Eardrum is more than... It's more than okay with me. Yeah, I mean with me and your mom. I think it's an important first step in like the direction of okay, if you know what I mean. Yeah, yeah, I know what you mean. Ich nicht. Also, Familientreffen beim Seelenklemmen, na, das kann ja nur gut werden. Ich freue mich jetzt schon. Na. Ach so. Hupen, dass sie kommt, wird wohl nicht funktionieren, weil dann wird sie weglaufen wahrscheinlich. You do not touch me! What me, what da be? Also warte, Michael rede gar nicht so. Ah, fick dich einfach. You know, since I'm capable of violence, but I'm awesome in the sack. So listen, babe. If you want to make it in Vinewood, you gotta do whatever it takes. Even if whatever it takes is a depressed borderline alcoholic who hosts the third most popular talent show amongst the 40-year-old female demographic. So you'll let me on the show if I blow you? Yes. And if you could wear some black lipstick, the little guy loves the goth vibe. Oh. Whoa! Laszlo. Dude, that was entirely out of context, bro. Jim, if you find the Ink Slinger, sit on him. Laszlo here's gonna have a little cosmetic work done. No, please. Oh, whoa, 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 stay put, you lame**de. Sure, kid. What? I'm bijcostal- I can- Äh, öh, öh, öh. Nase piercen, Oberpiercen, öh. Öh. Das Ohr. Ha. Ha! Also ich will noch malrenne Prince Albert, are you? Aha, you made me a pouty f******y Hipster. Jupp. Und einer geht noch. Tiu! Oh! Tätowieren auch noch! Vorne ist lustiger, dann muss er es irgendwie immer sehen. Oh, bitte, bitte, bitte. Bitte, genau das will ich. Also, für ihn. Oh ja, so ein Pibbel. Ja. Sehr hübsch. Oh, Haare schneiden. Pferdeschwanz. Dann weg. Und tschüss. Ponytail! Das ist meine Frau, was sie will. Ja, ohne dich auf deine Piddle-Stick. Schau, okay, Leute, das war ein Schuss. Ich bin ein Klown. Ich bin ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Hey! Sie werden sie auf deine Show, und Sie werden sicher, dass sie gut ist. Schau, okay, ich habe viel juice in dieser Stadt, aber ich meine, ich bin ein Schuss. Just do es! Ja. Okay. Okay, Trace, gehen wir. Wir müssen uns zum Therapisten. Was? So, I'll, like, call you or something, okay? Bye! Except for a family that needs therapy. One Ponytail. Na, ha, 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 ha. How do I look? Scheiße. It's not good, is it? Who knew you could use a tattoo gun? It's one of those skills you pick up in prison. You know, inking your name on your cellies' ass. Eww, are you serious? Come on! Nein. Ha, ha! Not quite. Nein, er meint es nicht so. In Wirklichkeit waren es alle Namen aller Intersten. Auf allen Ersten. Häm. Pop, now he beats Yoga. Literally. Like babying around the head with the laptop. Oh, yeah, like pow! Our old man released the dude's inner... Ouch! He released the dude's inner Tranquility all over the bean machine bag. To be honest, and I know it's karmically bad, but yeah, I fucking hate that dude. Yeah, I know, right? Oh, geht doch weiter, man. You're a fucking contortionist. Whoopee. I contort my junk all day long, and I don't have to act. I'm all superior about it. Still a little ashamed and entient, so. Over, Cher. Hey, guy was talking smack to your mother. Well, I applaud you, Pop. Here, here. You're like, finally, like, using your powers of selfishness and rage for, like, good. Not an objective universal good, but like a subjective what's in our best interest kind of good. Fuck yeah, awesome. Let's rob somebody. Do it, Dad! Yeah, do it! Do it! Enough! Okay? Ah! Fun! I love that we're getting along, but knock it off. Yeah, don't like actually rob a liquor store. That might, like, kill the mood. Fucking therapy. Let's do that shit. Hey, how about you just let your mom and me talk, okay? We got some issues we gotta iron out. And seeing as you two aren't into it, you can just sit there and be quiet. That's cool with me. I got all the prescription, I need it, at least for the meantime. Thank you. Das ist ja sehr erfreulich. Okay, Familientherapie, gleich geht's los. Das kann nur gut werden. Das ist natürlich gelogen, kann's nicht. Äh, ups. Du bist ein Mäß. Du bist ein Mäß. Zur Fahrschule sollte ich vielleicht auch nochmal gehen. Das, äh, krieg ich dann hoffentlich im Anschluss noch geregelt. Äh, äh, weil das läuft gerade nicht so gut. Äh, 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 äh. So, dann würde ich sagen, warte, Moment, Moment, nochmal von vorne. So, dann würde ich sagen, wir lehnen uns zurück, holen das Popcorn raus und lassen der Ding hier ihren Lauf gehen. Michael, Kids, let's go inside. Okay. Let's go. Ha, ha. Amanda. Hallo. Good to see you again, Michael. I'm so glad. Isn't this great? Nein. Michael, being positive. I am being positive. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm. It's one of the reasons I moved out. It's beneath you. No, it's not, Amanda. Trust me. Nothing's beneath me. No, normally there's a four beneath you. Ha, ha. You know, for someone who spends every waking moment working on themselves inside and out, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Uh, because all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it. That is not work. I don't see you complaining on the way to the fucking bank. Hmm. I mean, let's face it, Amanda. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Uh... We'll both get a center before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. You fucking ain't right on deranged. Hmm. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid shit. Do it. I'll put you in a fucking round with the rest of them. And that's really all the time we have. What? Great therapy. Wait, that's always said. Oh, Michael. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What? Double? Squared. Of course. Take care now. Hey. So you're gonna come home with me or what? I guess we'll give it a try. Pff. Alright then. Kids! Are you gonna take us home then? 4.000! For the shit! Ah, is that a murderer, ey. If I have the chance to kill him, I'll do it. There was a moment there. I thought... What? I don't know, like maybe we still had a way to go. You know, like... Maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That's cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm, fuzzy feeling. Probably just the meds you rated. Okay. Cathartic. All right. I just don't want it to be more the same. Now you're the one making the demands? Oh, no, no. Not demands. Uh-uh. I'm saying you're right. Something was broke. And we gotta work at fixing it. We do. All of us. Yes, Mom. For real, peeps. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander. Or my yoga teacher. Or our tennis coach. Or the juice guy. Or the dog walker. Oh, hey, hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. Or the hippie father thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths, changing our names, all the lying to the FIB? That monster Trevor? There's no explaining Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? What? No. No. Jeez. Just one thing, Michael. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? I'll give him my best shot. With every fiber of my being, I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen. Promise. And no more hookers. Or other women. Yeah, dad. Gross. You're better than that, Pop. Guys, I'm not really comfortable having this conversation. Just keep it in your pants, okay? Yeah, it's so demeaning how you treat women. What? Wait a minute. Die haben sich gestritten, hätten sich gefühlt fast umgebracht und drehen hinterher so, als wäre es hier das Normalste auf der Welt. Und ausgerechnet nach dieser Therapiesitzung sagen die, jup, wir fahren nach Hause. Jetzt sind wir wieder zusammen. Und so. Vielleicht hatten die Leute doch recht. Ziemlich abgefuckte Familie. Wobei, dieser Fabian sollte das besser nicht zu oft sagen, weil er ist noch viel schlimmer. Nö. Was ist denn das hier? Gibt es da was zu essen? Legoland? Disneyland? Ach nein, Michaels Haus. Richtig. Und wenn wir alles drei finden, also von allem was, das sehr wahrscheinlich sein könnte. Äh. 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 What the fuck? Oh. Last one standing. Again. What? Wie? Äh. Ha. Ich will gar nicht wissen, wie er dazu kam und was mit den Leuten los ist und wieso er nur noch seine Unterhose anhat. Und wieso er so torkelt und überhaupt. Hm. Oh, warte mal, warte mal. Stock besoffen, aber die Aktien können wir auf jeden Fall noch schnell zurückgeben. Bevor ich jetzt hier Schluss mache. Ich glaube, ich werde schnell speichern einfach machen. Dann spawn ich, glaube ich, das nächste Mal genau wieder hier. Können wir noch ein bisschen philosophieren, was hier genau passiert ist. Alles verkaufen, genau. Haben wir eigentlich nur minimalen Verlust gemacht. 6.000 ist nicht schlimm. Ja gut, Freunde. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Haben wir mal wieder was gemacht. Die Familie DeSanta oder Townie, nennt sie wie ihr wollt, ist wieder vereint und hasst sich wie eh und je. Dann ist alles gut. Trevor hat nur keine Hosen mehr. Was soll's in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und tschüss.